Wir haben heute das Programm des Grazer Advent präsentiert. Der Advent ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor. Er bringt der Touristik, der Hotellerie, der Gastronomie und auch dem Handel große Umsätze. Die Stadt Graz investiert eine halbe Million Euro pro Jahr in die Organisation des Advents. Und es kommen bis zu zwei Millionen Menschen nach Graz, um den Grazer Advent mit uns allen hier zu erleben. Wir starten mit der Eröffnung der Adventmärkte heuer am 18. November. Unsere Kunsthandwerker starten traditionsgemäß zwei Wochen später. Wir freuen uns besonders heuer am 2. Dezember, um unseren Christbaum am Grazer Hauptplatz illuminieren zu dürfen. Im Anschluss geht es weiter zur feierlichen Eröffnung der Grazer Eisgrippe. Wir freuen uns auch heuer wieder ein großartiges Angebot mit unseren 14 Märkten, den Grazerinnen und Grazer unseren Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stellen zu dürfen. Und wir freuen uns über zahlreiche Besuche auf unseren Märkten.